Weiter geht es mit einer neuen, absurd verstörenden Folge Little Nightmares 2. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz verstört mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte bizarre Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, wie immer, Freunde, wenn ihr mich ein wenig supporten wollt, das geht super, mega fix. Einfach nur eine klitzekleine Bewertung da lassen. Sonst werde ich nämlich von diesem fettleibigen Dude da oben angefingert. Wollt ihr das? Wollt ihr, dass der mich anfingert? Ich weiß ja nicht. Also ich will es garantiert nicht. Ich habe Angst. Ich will nicht berührt werden vom Lippenmann. Alles klar, er geht weg. Sie kann sich hier ganz frei bewegen. Als gibt es gar nichts. Kann ich eigentlich nochmal zurück? Denn die Leute haben mir geschrieben, ich hätte den Käse in das Loch reinwerfen sollen. Dann wäre was Cooles passiert. Aber ich glaube, wir können hier nicht nochmal zurück, oder? Ich glaube nicht. Ne. Ich könnte zwar hier unten durch, aber... Wir sind ja mit dem Lift gefahren. Und ich wette, den Lift können wir nicht mehr verwenden. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal nach oben. Ich habe keine Ahnung. Ich bezweifle es, aber man weiß ja nie. So, dann gehen wir erstmal hier hin. Die Schubladen des Schreckens. Ich habe mittlerweile auch schon eine sehr gute Theorie, die ich beinahe schon für einen Fakt halte, um was es eigentlich in Little Nightmares 1 und 2 geht. Ich meine ja, es gibt einen Haufen Leute, die haben es schon erklärt mit... Ja, ich will jetzt auch niemandem was spoilern, ja. Mit den einzelnen Figuren und so weiter und so fort. Warum, wer, was, wie ist. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar der ganze Sinn des kleinen Albtraums. Der ganze, komplette Sinn. Lässt ihr uns wirklich in Ruhe? Er hat da einmal so ein bisschen gefingert. Und hat dann gesagt, nee, kein Bock mehr. Okay, wir sind auch ziemlich laut. Alles klar, gehen wir hier mal hin. Kann man das runterwerfen? Was ist das hier? Also, wir sind eindeutig in der Leichenhalle. Mit super vielen Leichen. Bah. Was, 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 was? Die wollte mich da mit dem reinschieben. Alter, wie bist denn du drauf? Ich gehe rein, Moment. Achtung, ich gehe da rein zur Leiche, was wirklich sehr widerlich ist. Und sie schiebt mich rein. Okay, damit ich auf die andere Seite komme, ich dachte schon, die lässt mich da jetzt drin und will mich verrecken lassen. Können wir die hier rausziehen? Ah, die Schränke kann man schon mal anfingern. Vielleicht kann man sie auch öffnen. Da oben ist ein Schlüssel. Okay, meine Freunde. Also, den könnte ich bestimmt rausziehen. Und das sind keine Puppen mit Prothesen oder so ein Quatsch. Das sind schon wirklich Menschen. Tote Menschen. Klonk. Wie geht's? Ein Waschbecken voller Innereien. Ja, lecker. Das schmeckt mir. So, jetzt hänge ich hier. Ja, das war's. Und da geht es nicht weiter. Wahrscheinlich müssen wir hier nochmal hin. Wow, 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 wow. Vorsicht, mein Freund. Okay, jetzt verstehe ich den Weg. Müssen hier rauf. Moment, ab und zu springen die echt komisch. Höh. Höh. Mal so weit wie eben gerade. Richtig schön weit gesprungen. Und dann wieder ganz, ganz kurz. Vorsicht. Ich will nicht, dass die Leiche runterfällt. Am Ende werde ich noch verflucht. Achtung. Toll, dass wir den einstecken können. Das ist so angenehm. Boah, hier stapeln sich die Leichen. Also, ich habe schon eine Theorie. Um was es in der Welt von Little Nightmares geht. So, zieht sie mich raus. Und ich würde sagen, das ist nicht nur irgendeine Theorie. Die, sondern, das ist wirklich Fakt. Hier kann man aber nicht öffnen. Wäre spannend gewesen. Was mit dem hier? Nee. Oder das hier? Wartet mal. Das hier würde gehen. Jetzt sperrt sie mich ein. Ach okay, das wäre... Ja gut. Das wäre mies, oder? Sie könnte mich einfach einsperren. Und dann wäre ich erledigt. rein, das Ding. Six. Na los. Teamwork. Hallo. Mal ein bisschen hier mit Energie und Schmackes. Gott, wie viele hier gestorben sind. Nee, geht immer nur an die zweite. Okay. Was ist der Plan? Wir können hier hoch und oben rum. Kommen sie ran. Kommen sie mit. Sie überholt mich einfach. Eiskalt werde ich da weggedrängt. Achtung. So. Vorsicht. Sie macht den besseren Sprung. Okay, die gute alte Taschenlampe haben wir auch noch. Die habe ich schon ganz vergessen. Ich habe ganz vergessen, dass wir leuchten können. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, nein. Was macht der denn hier? Ist der am Putzen? Schraubt der hier drüben die Leichenkammern? Oh, ich sehe die Sicherung. Ja, er ist wirklich am Schrauben. Irgendwas wird da hinten kräftig gespült. Okay, da ist die Sicherung. Oh mein Gott, was treibt der hier? Was treibt der hier? Okay, kann man das in den Geschieben? Warte mal, wir können hier hoch. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Oh mein Gott. Kann man den Vorhang wegziehen? Das ist ja mal sowas wieder von... Na ja. Also sind es wirklich lebende Menschen. Ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an... An... An Krieg. Nach dem Krieg. Verletzte Kameraden. Menschen, die krank sind. Körperlich. Geistig. Seelisch. Er ist kein Arzt, sondern eher sowas wie ein Krankenpfleger. Hallo. Er kümmert sich um die... Um die Sterbenden. Um die Leichen. Er macht den Job, den niemand haben will. Das war laut. Mein Gott, was treibt der denn da hinten? Ich will es irgendwie sehen. Warte, ich muss mir das angucken. Alter. Was zur Hölle? Er fummelt den irgendwie wieder zusammen. Ich meine, all die Dinge, die wir sehen, sind ja nicht wirklich zwangsläufig böse. Das ist auch immer so interessant. Ich würde nicht sagen, dass diese Kreatur das pure Böse ist. Machen wir wieder Lärm? Boah, hier hin. Mein Gefühl sagt mir hier hin. Oh no! Mein Gefühl lag falsch. Okay, anscheinend müssen wir rennen. Er reagiert sofort. Do you want to fuck with my business? Okay, sie rennt weiter. Ich habe es versaut. Ich habe es versaut. Ich dachte, wir müssen uns verstecken. Beim ersten Mal musste ich mich verstecken. Okay, wir müssen einfach durchrennen. Durchziehen. Tut mir das, was Six macht. Dann bist du auf der richtigen Seite. Komm, 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 komm. Das sieht gut aus. Das ist sportlich. Warum ist die so viel schneller als ich? Oh, verflucht. Oh, snap. Hahaha. Was? Run, baby, run. Oh mein Gott. Der zerrückt hier einfach die Betten. Oh no. Oh no, no, no. Kommt ihr hier rein? Kleiner? Was war das jetzt? Hat er sie gefressen? Ich bin gerade sehr verwirrt. Oh mein Gott. Beeil dich. Bitte beeil dich. Das ist ein Ofen. Kommt der rein? Er kommt rein. Er kommt nicht rein. What the hell? Dude. Ich komme aber auch nicht mehr raus. Was? Was? Was läuft hier? Okay, ich verstehe es nicht. Hat er Six entdeckt? Oder müssen wir uns beide verstecken? Aber wieso sollte ich dann untenrum wieder raus können? Darf ich keine Taschenlampe anhaben? Ich weiß, es ist hier gerade ganz schön glitchy und buggy. Warum ziehe ich in letzter Zeit jeden Bug und jeden Glitch an? Ja, wollt ihr eben rein? Da bin ich. Ja, ja, ja. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt do it. Verdammt. Mach was. Hä? Jetzt ernsthaft? What? Alles klar. Ich habe jetzt das Spiel komplett mal neu gestartet. So. Er kommt angewackelt. Er zerdrückt die Betten. Na komm. Put, put, put. Na los, Speckmann. Wir müssen ihn hier reinlocken. Ja, hier bin ich. Ja, hol mich. Und er ist wieder weggeglitscht. Aber er kommt noch. Jetzt hat er mich gegriffen. Okay, ich war zu langsam. Ein Versuch noch. Naja, wenigstens kommt er jetzt schon mal rein. Aber irgendwas läuft hier nicht rund. Auch wenn die Leute jetzt wahrscheinlich wieder schreiben. Du, du. Mein Onkel Yusuf hat durchgespielt. Das ist kein Bug. Du Hurenmann. Klarer Fall von Hurenmann. Ja, hier drüben. Hier drüben. Speckmann. Komm, Speckmann. Okay. Geh schnell runter mit uns. Und sie macht jetzt hier die Stäbchen weg. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Geh doch durch. Oh, unglaublich. Unglaublich. Burn. Burn. Alter Six. Wärmt sich da unten noch die Hände und schaut dabei zu. Okay. Schön knusprig. Genau so mag ich das. Kleiner. Der Mann ist tot. Wir können weiter hier drüben. Den haben wir erledigt. Ja los. Hilf mir. Das muss ganz schön stinken. Mann, das ist ein fetter Braten, den wir hier in der Röhre haben. Eingewiesen. Er hat ein Achievement bekommen. Also doch eine Irrenanstalt. Also ich habe immer so ein bisschen an den Krieg denken müssen. Menschen, die eben Gliedmaßen verloren haben und die halt auch seelisch am Ende sind. Bis jetzt finde ich hat das alles so ein bisschen. Bei Little Nightmares 1 hatte man als Thematik Kinderbetreuung, Aufzucht von Kindern. Dann hatte man als Thematik Wäsche, Wäscheraum, Schuhe und so weiter und so fort. Dann hatte man als Thematik Küche, Kochen, Essen, Bewirtschaften. Es waren alles so ein bisschen Themen, die in unserer Gesellschaft Frauen betreffen. Auch das Ende. Eine Frau, die an ihrem Schminktisch sitzt, Spiegel und alles. Sie hat Probleme gehabt mit ihrem Alterungsprozess. Ist sie noch attraktiv? Wird sie dadurch noch gesellschaftlich anerkannt? Sie kaschiert das alles. Sie verschleiert das alles. Es waren irgendwie weibliche Themen, die in Little Nightmares 1 halt thematisiert und dargestellt wurden. Während jetzt hier im zweiten Teil Mono seine Sachen. Wir haben die Jagd, etwas Männliches. Ja, mit Vater jagen gewesen. Der Wald, die Jagd. Dann geht es in die Schule. Bei der Schule könnte man jetzt sagen, naja, aber Mädchen gehen ja auch in die Schule. Das stimmt, aber so dieses Raudi-Tun, es ist ja auch erwiesen, dass Jungs viel mehr Probleme besonders in der Grundschule haben als Mädchen. Besonders eben wegen, können den Arsch nicht stillhalten, Klassenkasper da sein. Das ist eigentlich eher so alles Jungs-Thematik. Mädchen können sich viel besser in Schulen anpassen, integrieren und haben auch viel mehr Reife in diesen Jahren als Jungs. Das nächste Thema jetzt hier, Krieg. Vielleicht Kameraden verloren. Alter, was fällt da runter? Menschen, die sich umbringen. Auch wieder so eine Thematik, die halt in erster Linie Männer betrifft. Ey, das sind wirklich Menschen, die da gerade so vom Himmel regnen. Was ist das für ein krankes, heftiges Spiel? Also ja, so ungefähr habe ich den Eindruck von dem Ganzen. Dass in Little Nightmares so ein bisschen auch die Geschlechterrolle dominierenden Wert hat. Was ist das für eine Musik? Oh, verflucht. Wer ist der nächste Psychopath, der uns hier erwartet? Er ist in den Fernseher gerannt? Diese Bilder, ne? Diese widerlichen und kranken Bilder. Hier kann man hoch. Kann man das vielleicht zum Einstürzen bringen? Scheint nicht. Na gut. Stecker kann man nicht ziehen, oder? Ne. Okay. Six. Nein. Müssen wir über den Fernseher raus? Na gut. Ich bin halt mal gespannt, was uns als nächstes erwarten wird. Wow. What? Vorsicht, kleiner Mann. Vorsicht. Müssen wir nicht hier in die Leiter? Oder doch hier drüben? Weil das sieht so aus, als könnte man hier auch noch ran. Nö, geht nicht. Er springt nach unten. Na gut. Dann halt nicht. Weiß nicht, ob es da oben noch weiter geht. Schwer zu sagen. Alter, wir lassen das mal so stehen, ja? Was macht ihr denn hier? Schaut ihr durchs Schlüsselloch? Okay, die scheinen irgendwie alle wie besessen vom Fernseher zu sein. Ma'am? Alter, was hat die denn bitte schon für ein Vagina-Gesicht? Okay, warte. Ich will mir den auch mal angucken. Ich werde jetzt sterben müssen, weil ich das wissen will. Alter, schaut die euch an. Die haben total das verschmolzene Gesicht. Gar keine Augen zum Sehen. Und widerliche Kreaturen. Aber da kommt eben dieser Albtraum-Charakter zur Geltung. Okay, wenn das Programm aufhört, drehen die durch. What the hell erwartet uns hinter dieser Tür? Tja, Freund, das werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden. So sieht es eben nun mal aus. Weil jetzt wegen dem Bug habe ich ewig rumgedoktert. Das war kein Bug, Kies. Du bist einfach nur dumm. Gut. Ich habe es verstanden. Lass trotzdem eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss! Ich binsu. Tschüss!